Fans müssen Geduld haben. Influencerin Laura Maria Rüper, 27, hatte zuletzt gemeinsam mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi, 30, ein Baby erwartet. In den vergangenen Tagen wurde es auf den Social-Media-Kanälen der beiden ungewöhnlich ruhig. Am Freitag dann die erfreuliche Nachricht, ihr kleiner Sohn hat das Licht der Welt erblickt. Aber auch seit der Verkündigung meldeten sich Laura und Pietro eher verhalten. Jetzt gibt sie ihren Followern einen Ausblick auf die nächsten Wochen. Ich werde einige Wochen nicht so aktiv sein, wie sonst, schrieb die frisch gebackene Mama am Samstag in ihrer Instagram-Story, nachdem sie für Sonntag eine kleine Fragerunde angekündigt hatte. Ich will die Zeit genießen und der Kleine soll sich auch noch gut erholen, begründete sie ihre Entscheidung, sich in den kommenden Wochen erst mal etwas zurückzuhalten. Uns geht es gut, das ist das Wichtigste, versicherte sie ihrer Community. Dabei kuschelte sie mit ihrem Nachwuchs und schaute liebevoll auf ihn herab. Bevor Laura und Pietro die Geburt verkündet hatten, meldeten sie sich einige Tage nicht bei ihren Fans. Das Paar erklärte die Funkstille anschließend mit den Worten, Wir haben etwas Zeit für uns gebraucht. Aber jetzt ist alles gut und wir sind froh, euch den Kleinen vorstellen zu können. Wir sind froh, euch den Kleinen vorstellen zu können. Wir sind froh, euch den Kleinen vorstellen zu können. Wir sind froh, euch den Kleinen vorstellen zu können. Wir sind froh, euch den Kleinen vorstellen zu können. Wir sind froh, euch den Kleinen 디자innen wollen. Wir sind froh, euch das Ziel gut, dir cualremos. Wir sind froh, euch den du Küsschen und auf die Zukunft in den сдел è Megaern und bald Metal desemmen. Untertitelung des ZDF, 2020